Hallo zusammen, zum heutigen Köpfe-Finale-Vlog Einweg gegen Lugano In der Schule auch dabei Ich bin jetzt gerade spontan noch entschieden um den Weg zum Bankdorf zu laufen von Bern Bahnhof Weil der St. Gallo, weil er die grösste Tour ist die ich kenne, gehen wir jetzt noch zum Bärenpark zuerst oder zum Bärengraben Also ich meine, wie der gerade auf dem Weg ist Ja, voll auf dem Weg 6 Minuten umweg Das ist also offizielle Lugano-Seinmarsch Das haben wir zwei Ja, wir sind die offizielle Lugano-Fanmarsch Obwohl ich neutral bin Leute, gehen wir mal den schönen Aussicht da den Wünscht da unten den Hotspots Bärengraben Wir sind zum Bankdorf in den Acker Wie ihr seht, ist ihr noch angeleset, hast du gerne was auf dem Tipp zu sagen Mein Tipp ist tatsächlich auch wenn ich das ganze Lugano-Zeige 3,1,7 Ich glaube, wir müssen das doch einfach holen In den I-Office 2,1 nach Verlängerung Weil ihr seht, ja unsere Dichte ist heute ein bisschen beeinträchtigt Ein bisschen, ich sehe fast nichts Also ich muss sagen, auch nochmal hier in diesem Blog, ich habe es zwar in meinem auch schon gesagt wir sind neutral auch wenn wir das ganze Zeige haben, wir haben es noch gekauft weil wir hier im Lugano-Blog sind und darum haben wir euch das ganze Zeige haben Mal maintenance in laur vor Mein Tipp ist rum Consult 4,1 c 5,6 15,0 5,4 5,9 5,6 5,0 5,7 Ich bin ganz sprachlos, nur gar nimmt ich ein, wie geht das? Ich bin ganz sprachlos, nur gar nimmt ich ein, wie geht das? Ich bin ganz sprachlos, nur gar nimmt ich ein, wie geht das? Ich bin echt sprachlos, nur gar nicht so zu erinnern, nur gar nicht so zu erinnern. Warten Leute, die Zoo Caster, ich bin Torreon, Urano, On Fire Leute, On Fire! Lets, Lets! Seh ich dich im Strahlenmeer Seh ich euch als Mann Seh ich dich im Strahlenmeer Leute, zu milde, zu geil steht in eurem altersschwede Gänserhaut Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Die FFTI ist nicht mehr da. Die FFTI ist nicht mehr da, wenn wir ihn rauchen. Hääääähähähäähähäähähäh!! Halleeeeaaa! Die rasch bei Fuß. Die rasch der Fuß alter Leute! MegaFuçek! ?????????? Leute, Lugana drückt da wirklich aufs 2-2 und hier, Leute, krass am Busche. Leute, Lugana drückt da wirklich aufs 3-2 und hier, Leute, krass am Busche. Leute, Lugana drückt da wirklich aufs 3-2 und hier, Leute, krass am Busche, krass am Busche. Leute, Lugana drückt da wirklich aufs 3-2 und hier, Leute, krass am Busche, krass am Busche. Wir werden abspielen, ja. Oh, schön! Quarta Sostituzione per il Futball, Club Lugano. Esche numero 5, Aldian Aydari. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir bitten Sie nach dem Spiel unbedingt auf Ihren Plätzen zu bleiben und das Spielfeld nicht zu betreten. Oh, siehst du. Oh, siehst du. Haben Sie zu langs und auch. Oh, siehst du. Oh, siehst du. Oh, siehst du. Oh, 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 oh. Alter, Lugano, Chance entrohrt, oder? Du bist die größte Sensation! ...nicht zu betreten, sie ermöglichen somit einem packenden Cup-Final auch eine würdige Pokal-Übergabe nachfolgen zu lassen. Besten Dank für Ihr Fairplay. Oh, 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 oh. Lugano. Alter, Leute, so spannend. Oh, mein Gott, Mann. Lugano! Stefan! Renato! Ich bin Stefan Sie! Lugano! Ich bin Stefan! Ich bin Stefan! Ich bin Stefan! 5 Minuten! 5 Minuten! 5 Minuten! Offizielle Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit 5 Minuten! Nein! Oh Leute! Die Nerven Leute! Schlussresultat! BSC Young Boys FC Lugano! 3 zu 2! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Die Schweizer Cup-Sieger! 2023! Kommt aus Bern! Und heißt! BSC IB! Al Termin de la partita Yabois batte Lugano 3 a 2 inviol! Indizidore della 98esima Coppa Svizzera Sie hat das Gefühl durch andere Fans die werden die Mannschaft mehr als die Fans aber vielleicht täuscht es auch Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine Information. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer, die Spera di Calcio, der Robert Reichel. Wir bedanken uns beim Schienz-Echtem-Tilano. Renato Steffen. Wir bedanken uns beim Beschreibung. Musik Musik